Es gibt viel zu tun, damit alles funktioniert und es so bleibt. Hier kommt es auf alle Details an. Denn die Inbetriebnahme eines Gebäudes ist eine komplexe und wichtige Aufgabe. Der Inbetriebnahmeservice ist eine unserer drei Leistungen des Plus5 Kundenservice, den Sie automatisch erhalten, wenn Sie mit uns bauen. Wir übernehmen für Sie die Einregulierung der Gebäudetechnik und stellen sicher, dass die technischen Anlagen perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und auch danach begleiten wir Sie intensiv und optimieren Gebäudeklima und Energieverbrauch, zum Beispiel durch die richtige Einstellung von Heizung und Lüftung. So leisten wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Effizienz Ihres Gebäudes. Doch damit nicht genug. Auch die Einweisungen in Ihr Gebäude und praktische Bedienhilfen gehören zu unserem Service. Hier wird gerade eine Heizungsanlage einreguliert. Doch auch nach Inbetriebnahme soll alles funktionieren. Stimmt's? Können Sie haben. Mit unserem Plus5 Kundenservice bleiben wir fünf Jahre an Ihrer Seite. Nach dem Bau Ihrer Immobilie helfen wir beim Betriebsstart. Weisen Sie in das Gebäude und die technischen Anlagen ein und beraten zur Energieoptimierung. Danach sichern wir regelmäßig alle Funktionen. Zum Beispiel durch Sichtkontrollen, damit Störungen gar nicht erst auftreten. Und das alles ohne zusätzliche Kosten für Sie. Natürlich läuft nicht immer alles rund. Aber dafür sind wir ja da. Das übernehmen wir mit unserem Funktions- und Störungsmanagement. Unser Funktions- und Störungsmanagement kümmert sich in den ersten fünf Jahren um die Behebung möglicher Mängel und unterstützt auf Wunsch bei der Beseitigung von Störungen für Ihren reibungslosen Gebäudebetrieb. Durch jährliche Sichtkontrollen und Checks der Automation sowie der technischen Ausstattung, zum Beispiel Sonnenschutz und Heizung, haben wir stets einen Blick auf die Funktionsfähigkeit Ihres Gebäudes. So können wir Sie frühzeitig zu präventiven und optimierenden Maßnahmen beraten. Wir machen das für Sie. Das reduziert Ausfallzeiten und ja klar, auch Kosten. Damit Sie und all Ihre Mitarbeitenden in Ihrem bestens funktionierenden Gebäude zufrieden sind und gerne dort arbeiten. Das ist persönliche, proaktive und kundenorientierte Betreuung. Zum Beispiel durch mich, Ihren Projektleiter Betrieb. Jeder Bauherr weiß, wie ärgerlich es sein kann, wenn im neuen Gebäude nicht gleich alles reibungslos funktioniert. Daher steht der Projektleiter Betrieb als fester, persönlicher Ansprechpartner an Ihrer Seite. Er koordiniert und managt gemeinsam mit seinem Experten-Team erforderliche Maßnahmen und ermöglicht eine optimale Gebäudenutzung. Natürlich immer in Abstimmung mit Ihnen. Mit seiner Expertise bietet er proaktive, individuelle Beratung auch zu weiteren Serviceangeboten. So sieht Building Excellence aus. Ein einzigartiger Mehrwert ohne Mehrpreis für unsere Kunden. Der Goldback Plus 5 Kundenservice. Fünf Jahre an Ihrer Seite, drei Leistungen, ein Ziel. Ihre Zufriedenheit. für alle Zufriedenheit und理ue. Ihr sektor